Pasted-Fotokollage-App startet offiziell auf AS. Sprustet offiziell ins Leben gerufen Pasted, eine Fotokollage-Anwendung auf AS. Anstatt Standard-Collagen erstellen, mit Fotos auf einem Raster platziert, schneidet der App Bilder in interessante Formen und ermöglicht es Benutzern, ihre Collagen anpassen, bevor sie zu Social-Media-Sharing. Wie von TechCrunch berichtet, war die App die Idee von James Mercer, Liedsänger der Musikgruppe des Jens. Mit Pasted kann der Anwender eine Collage erstellen, indem sie ein oder mehrere Bilder aus ihren Kamera rollen, die automatisch sind cut in einzigartigen Formen und in der Collage gelegt. Benutzer können Bilder neu anordnen und drehen, und sie können auch jedes Bild bearbeiten mehr Inhalt auf die ausgeschnitten oder nehmen einige Weg hinzuzufügen. Schließlich Nutzer können einen Hintergrund, Filter und Aufkleber zu einer Collage fügen sie es zu beenden. Die Aufkleber der App sind in thematische Packungen organisiert, wie Alphabet und 90er-Vibes. Manche Packs kostenlos zur Verfügung stehen, während andere über Inabkauf freigeschaltet werden. Sobald eine Collage fertig ist, kann der Anwender es um ihre Kamerarolle zu speichern oder Twitter, Facebook oder Instagram aus der App teilen.